Hallo, wir sind Peter und Kelly, die Gründer von Stone Park. Seit 2017 vermieten wir Lagerräume an Privat- und Geschäftskunden. Wir legen einen hohen Wert auf Sicherheit, einfache Verträge und unkomplizierter Zugang. Weil wir alle jemanden kennen mit zu wenig Platz. Als Familie mit drei Kindern haben wir immer alte Babysachen, Sportgeräte, Möbel, die wir nicht mehr benutzen. Jetzt konnten wir den Keller leer räumen und in ein Homeoffice umwandeln. Und dadurch sparen wir wiederum viel Geld bei der Büromiete. Für uns sind die Lagerräume also die perfekte Lösung. Als Inhaber eines kleinen Unternehmens habe ich mich für dieses Lagersystem entschieden, weil ich den Platzbedarf individuell anpassen kann und somit effizienter und effektiver für den Endkunden wirtschaften kann. Häuser und Wohnungen sind knapp und werden somit immer kleiner und teurer. Stauraum wie Keller und Dachboden werden oft zu Wohnräumen umgewandert. Auch die Büromiete ist sehr teuer geworden und die hohe Miete für einen Lagerraum macht dann keinen Sinn mehr. Mit unseren Premium-Lagerräumen schaffen wir deshalb Platz. So viel Platz, wie Sie brauchen. Unser Premium-Lager-Container wird in Deutschland produziert zu dem TUF-Standard. Sie haben Antikondenswasserschutz, Beluftung und Hochsicherheitsschlösser. Mein Name ist Werner Pagenkämper und ich bin seit einem knappen Jahr Kunde bei Store & Park. Habe da Peter und Kelly Barbers kennengelernt als Unternehmer und schätzen gelernt. Habe Vertrauen bekommen und investiere inzwischen in dieses Unternehmen, weil mir drei Dinge wichtig sind. Das Vertrauen, das Verstehen in das Geschäft und das Verdienen und alles drei sehe ich hier gegeben. Wir haben ein funktionierendes Geschäftsmodell, das wir gerne weiter ausbauen möchten. Wir suchen Kapital für Containerankauf und der Ausbau von neuen Standorten. Derzeit bleiben wir regional in Hessen und wir haben in Planungsphase neue Standorte in Nord- und Osthessen. Der deutsche Markt kopiert die frühen Trends in die USA und Großbritannien. Und nach Angaben der European Self Storage Association wird ein Wachstum von 40% per Jahr angestrebt. Wir haben viel in Technologie investiert, um unsere Kunden online Bookings, Raumrechner und ein Kundenportal anzubieten. Wir bieten eine große Auswahl an Zahlungsmöglichkeiten an. Auch unsere E-Mail- und SMS-Systeme sind vollständig integriert. Wir bieten Investoren ein sicheres Investment, das sie sofort anfassen können und auch attraktive Rendite zahlt. Die Trend zur Mobilität wächst stetig. Damit wächst der Bedarf zu verfügbaren Lagerräumen. Wir haben das richtige Team, das richtige Technologie und ein tried-and-tested Geschäftsmodell. Investieren Sie noch heute in einen Markt mit viel Potenzial. Damit wir jedem einen Lagerraum anbieten können.